und ganz viel Müll mit dem wir momentan nicht so viel anfangen können Uri, du trinkst einfach mal Halttränke bis du sehr gesund bist, du kannst auch so ein paar normales trinken und du hast keine, ich kann auch ein paar normales trinken ich kümmere mich drum naja hier ist nichts mehr genau, die hatten wir schon uh, noch ne Kette, was haben wir hier noch? da war ich schon ja, vermutlich ja, wenn da kein Gold und keine Edelsteine drin sind wir sind Gold und ein Zauber ja, wir brauchen momentan noch jeden Krümel Gold, sonst würde ich das da liegen lassen so also 20 Orks sollten wir ja schon gekillt haben hier ist das ja schon die Hälfte und wenn Kirwan dann am Ende zufrieden ist, dann können wir hier auch wieder ganz schnell weg jeder Hamster hat mal seinen großen Tag hier geht dann einfach mal hier hin sag ich bin bereit wir gucken mal da oben, was hier noch so schönes ist hm, vermutlich nichts sieht ja nach nichts aus was kann ich tun? ja was kann ich tun? was kann ich tun? so der Schnee? das geht noch trinken, wie viel Leben hast du eigentlich? ja, 58 ich warte, was soll ich tun? so der Überboost hier wie vieles Level hast du denn? ah, 10 nicht schlecht eigentlich unser Waldläufer ist nicht so hoch, unser Minsk ach so, er ist auch kein Waldläufer, er ist ein Bogenschütze Elf chaotisch gut was wollt ihr? hm, ich hoffe das bringt was ich zeigte schon mal wieder alles oh, ein Rockmann hier was ist das denn? ein, 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 ein oh, Rang! so, hier will ich mal hinterher ich werde es tun das sollte nicht sein nein, nein so, der Magister ist zuerst warm ja, sagt mir, ich kümmere mich nach, wie es kurz und schmerzhaft oh, wir gehen wir nicht hin 200 Erfahrungen, Punkt, da oh, ein Orr, ein ganz normaler Orr, oder wie ein Orr ja, das gibt ein großes Lachen, wenn man nur einen Orr sieht aber so lauf dir denn jetzt schon wieder hin ob Priester macht Gesang ach, da hinten äh, ja, dann ziehen wir uns nochmal zurück äh, ich warte, wenn es denn sein muss was war denn das jetzt? irgendwas hat ihn getroffen, aber ich weiß nicht was so, dann dreht euch bitte nochmal um hier ein Orrbogen schützt einmal töten wow, wir verschwinden hier die alle gut gut hoffentlich folgen sie uns raus ah, Münskis, äh was haben wir denn mit sich schon wieder gemacht? Beherrschung ja, hätten wir immer faotischer Fehler finden Ach, dann warten wir einfach. Wir sitzen das einfach aus. Äh, ja? Und Eri macht so lange mal, äh, alles hier. Was? Attackiert Minsk? Korgang geheilt. Okwung spiel Schaden bei Minsk. Das passt mir überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Wieso können die ihn angreifen, wenn er, äh, feindlich aufmacht? Wenn er mir gegenüber feindlich ist? Das ist doch total blöd. Lass mich in Ruhe. Du kannst was zaubern, du kannst teilen und du kannst da Böses entdecken. In deinem Heimalkongang. So, damit seid ihr alles. Ich helfe wo immer, ich kann doch bestimmt noch. Fluchbrechen, Mantel des Mutes, das hilft uns jetzt nicht so sehr weiter. Steinhaut, man macht immer Meteoriten. Schätzma, ja, wir gehen einfach rein. Wir müssen mal hier gucken. Hä? Hä? Moment. Da gehen wir rein und da kommen wir raus? Ich kümmere mich drum. Ja, wir werden Minsk nicht retten können. Ihr müsst mir rasch helfen. Ja, du bist nicht mal auf unserer Seite. Sag mir, was zu tun ist. Ich warte. Ich bin bereit. Ja, ja, wir kommen ja schon hier. Äh, da. Ha, wir können ja nicht mal rein, wenn wir unsere Gruppe sammeln sollen. Na, bewaffnet. So, hier, lauf mal raus. Erklärt meinem Hamster bloß nicht, wie man Eier aussaugt. Schön ausgetrickst. Okay, äh, wir müssen Minsk erst mal hochheilen. Gut. Hm, da er ja noch, äh, kannst du Priesterzauber? Ah, du kannst vermutlich, ja. Du kannst ein paar Priesterzauber mehr als Minsk, weil du bist intelligenter. Ihr zeigt mir, wohin, und ich schlage zu. Lasst mich in Ruhe. So, dann heilen wir Minsk mal so ein bisschen. Was kann ich tun? Erich kann allerdings nicht so viel heilen, ja. Dann ruhen wir uns doch hier glatt mal aus. Wenn die Orks eh da hinten rauskommen. Die, die Sonnenuntergänge sind hier so viel schöner als in einer Stadt. Findet ihr nicht? Es ist Nacht. Und ihr habt keine 24 Stunden geschlafen. Und ihr seid tagsüber. Ja, ist klar, Erich. Als ich aufwuchs und noch in Kerzenburg aufwachte, kletterte ich am Morgen immer auf die Befestigungsanlage, um zu sehen, wie sich die Sonne aus dem Meer erhebte. Das ist wahr. Es gibt nicht so viele Gebäude, die einen in die Sicht versperren. Es wird bald dunkel sein. Das Letzte, was mir fehlt, ist, in einen Hinterhalt zu geraten. Während ich verklärt einen dummen Sonnenuntergang anstarre. Haha, entschuldigt bitte, Erich, aber ihr seid wohl die hoffnungslösste Romantikerin, die ich hier getroffen habe. Alles stehen bleiben. Augen nach Westen, dann wenig Ruhe, bitte. Wir wollen den Sonnenuntergang würdigen. Nach Westen? Moment. Riecht die Sonne nicht im Osten auf? Ach, egal. Ähm, ja. Wir nehmen das Erste. Unsere Kindheit war offensichtlich gar nicht so unterschiedlich, oder? Wir wollen ja schließlich mit dir anbandeln, oder so. Ja. Du darfst jetzt erstmal Minz teilen. Er ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Schwerter statt Hörter. Ich möchte, dass ihr mir den Wert eines Lebens auf dem Boden erklärt. Gibt es da irgendetwas, was der Freiheit eines Lebens in den Wolken gleichkommt? Es gibt viele Dinge hier, die wundervoll sind. Aber ich kann euch nicht sagen, ob sie besser sind als euer früheres Leben. Das ständige Grübeln bringt nichts, Eri. Die Dinge sind nur um einmal, wie sie sind. Und es gibt keine Möglichkeit, diese Situation zu entfliehen. Es ist nicht meine Aufgabe, euch von irgendetwas zu überzeugen, Eri. Sucht euch doch jemand anderen, dem ihr auf die Nerven fallen könnt. Und, ähm, ja, wie ich schon sagte, wir wollen mit dir anbandeln. Irgendwann mal. Also gibt es Dinge hier, die wundervoll sind, bla bla bla, ja. Nein, es könnte sie auch, das können sie auch nicht sein. Alles, was schön ist, kann man vom Himmel aus sehen. Und es gibt zahlreiche Orte, die man niemals erreichen kann, wenn man an den Boden gebunden ist. Nun, ihr werdet euch daran gewöhnen müssen. So ist es nun einmal das Leben. Aber ich bin hier, um euch die schönsten Seiten des Lebens zu zeigen. Ja, Blut und Morde. Bla bla bla. Das Leben in den Wolken ist ja so viel schöner. Erzählt doch, dass ihr erzählt das doch jemandem, den es kümmert. Ja, wir wollen ja die schönen Seiten des Lebens zeigen. Gibt es tatsächlich noch schöne Dinge, Schildkröte? Wie erkenne ich sie, wenn ich auf sie stoße? Ich, ich denke nicht, dass ich darauf warten kann, bis sie von selbst kommen. Ihr, ihr solltet mich einfach ignorieren, Schildkröte. Ich muss ja bedauernswert und miserabel wirken, wenn ich die ganze Zeit nur klage. Ihr verachtet mich vermutlich. Ja, das hat nie jemand gesagt. Typisch Frau. Alles, was man sagt, ist falsch. Wenn man doch noch was richtiges sagt, wird es umgedreht. Minst und Bo. Allzeit bereit. Kann man wirklich lieber typisch Elfe sagen? Ach, wo ist der Unterschied? Ich helfe dir, wo immer ich kann. Ich warte, was soll ich tun? Ich bin ja drin und alles kaputt kloppen. Außerdem kannst du wieder ein Feuerball zaubern. Oh, ein schmackhafter Feuerball. Glühende Kohlenwerfen. Ja, wir bewerten dir glühende Kohlen in die Augen. Blut und Arten. Wann hat sie nicht mal stehen? Ja, hast du mit Eri gemacht, du Schwein. Was kann ich tun? Verderben ist ja ein Tier. Ich vermischung dich durch die Orgfried Star Torsen, die Neuen, mit den Alten. Und das ist ja...